Mark Janko in Runde 1. Das Tor zum 5 zu 0 im Spiel Salzburg gegen Matersburg. Endstand 6 zu 0. Michael Merz in Runde 2. Das Tor zum 2 zu 1 Einstand im Spiel Matersburg gegen Ried. Ibiza-Wastic ebenfalls in Runde 2. Das Tor zum 0 zu 1 im Spiel Halbtag gegen Lassburg. Endstand 1 zu 3. Diego Vianer in Runde 1 der 1. Liga. Das Tor zum 1 zu 0 im Spiel Brüdig gegen Austria-Lusternau. Endstand 2 zu 0.